Nach 19 Jahren, Judith Rakas verlässt die Tagesschau. Judith Rakas, 48, macht Schluss. Seit 2005 führt die Moderatorin regelmäßig durch die Tagesschau. In der Hauptausgabe um 20 Uhr ist sie seit 2008 zu sehen. Aber auch für die Sendungen, Tagesthemen, Morgenmagazin und Mittagsmagazin steht sie als Sprecherin vor der Kamera. Doch nach fast 20 Jahren möchte sich Judith beruflich etwas umorientieren und kehrt der Tagesschau den Rücken. Wie der Norddeutsche Rundfunk nun offiziell in einer Pressemitteilung bekannt gibt, wolle sich Judith fortan mehr auf ihre unternehmerische Tätigkeit fokussieren. Nach 19 erfolgreichen und spannenden Jahren bei der Tagesschau habe ich mich schweren Herzens entschlossen, zu gehen. Es ist an der Zeit, den Fokus in meinem Leben auf andere Projekte zu lenken. Sie wolle Neues anpacken, für das neben dem Nachrichtenschichtdienst bisher zu wenig Zeit gewesen sei. Die Fans müssen im TV jedoch nicht ganz auf Judith verzichten. Sie wird dem Publikum als Moderatorin der Talkshow 3 nach 9 und des ARD Reisemagazins wunderschön weiterhin erhalten bleiben. Ihre letzte 20 Uhr Ausgabe der Tagesschau wird am 31. Januar zu sehen sein. Eine Nachfolge sei nicht geplant. Jens Riva, 60, Susanne Daubner, 62, Julia Niharikasen, Torsten Schröder und Konstantin Schreiber werden die verbleibenden Tagesschau Sprecher bleiben.